tatsächlich gegen holzi gojara chinesen ok leute das müssen wir gewinnen das müssen wir aber absolut gewinnen ja 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 아니ar jetzt das bildschuar geklaut na ja er nicht okay Das wär's jetzt noch gewesen, du. Habe ich nicht sogar letztens erst noch gesagt, dass Chinesen das wahrscheinlich beste Matchup gegen Gojara sind? Ich bleibe dabei. Ja, das ist ein Wettbewerb. Der Start lief soweit ganz gut. Wollen wir gegen Chinesen machen? Ich würde sagen Scouts, oder? Chinesen wollen ja eigentlich auch Scouts spielen, aber ich habe da einen besseren Scout Rush. Machen wir 20 Pop. Ja, ich habe da einen schönen Tag. Oh, fucking hell. Immer wieder das gleiche. Bisschen auf Feudal Age warten, dann können wir den Scout fighten. Woher nicht? Ich gehe mal davon aus, dass ich vor ihm abseilen werde. Hey, Terenano. Bisher war es ganz geil. Bisher war es ganz geil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Noch nicht, aber gleich. Das meine Camp hier war Bullshit. Das war's für mich. Aakna, Akkama Das war's für heute. Achtung Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020